so liebe leute jetzt will ich mal zeigen wie man die url ändert ich nehme hier mal im jörn seine bilder die auf bearbeiten bzw beitrag ändern jetzt sehen wir hier die alte domain von wühlforum was ja in vier wochen nicht mehr gibt wir klicken einmal rein sagen steuerung alles markieren steuerung c alles kopieren dann habe ich hier schon ein editor offen hier fügen wir das ein mit steuerung v und genau bearbeiten ersetzen am besten macht man vorher das hier diesen teil tun wir komplett ändern das steht jetzt hier schon drin und wir ändern es in http galerie punkt punkt de jetzt ersetzen wir alle und sehen ja das ist wunderbar steuerung a alles markieren steuerung c kopieren hier ist noch alles angewählt dann mache ich einfach steuerung v und sende es ab und schon sind die bilder wieder da das war es eigentlich schon geht ruck zuck tschöö